Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ich mach das so. Ich bin der Patrick und heute erwarte euch der zweite Teil meiner Küchenregalaktion. Als kleiner Reminder, was ist letztes Mal passiert? Ich habe Regale angebracht, musste dann Pause machen, weil das Baby der Nachbarn geschlafen hat. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, kann ich euch das nur sehr empfehlen. Es ist hier. Also da oder da. Ich hoffe da. Oder ansonsten da. Einfach mal nachgucken. Guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt oder falls ihr nicht mehr wisst, was da passiert ist. Ansonsten als kleine Info vielleicht noch. Die ganze Küchenaktion war länger als geplant. Also Handwerken läuft nicht immer so ab, wie man es plant. Manchmal dauert es halt einfach länger. Aus einem Vorhaben, was vielleicht eine Stunde dauern sollte, werden ganz schnell drei. Oder wie in unserem Fall zwei Wochen. Und daraufhin dann vier Videos. Also es sind vier Teile. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mich währenddessen begleitet, wenn ihr euch die Videos anguckt. Denn ihr seht, warum das nicht immer so leicht ist, das zu planen. Also es sind viele Patzer passiert und wir hatten die ganze Zeit die Kamera aufgehalten. Und ich hoffe, ihr habt am Ende genauso viel Spaß, wie ich es bei der Aktion hatte. Viel Spaß mit dem neuen Video. Schatz, guck mal, was ich gemacht habe. Achte. Pass auf. Gut, ne? Voll schön. Oh, oh. Nicht schon wieder. So, wir können aber leise Sachen machen, wie zum Beispiel gucken, ob hier irgendwo eine Leitung ist. So, wunderbar. 2 cm, das ist doch eine Daumenbreite. Ja, okay, machen wir lieber. Das ist echt Training, ne? Wenn man das öfter macht, dann wird man auch gut in dem, was man da tut. Und, wo habe ich denn jetzt hingemalt? Aber da ist es da. Warte mal, wenn ich den... Oha. Ja, das wird er schon sein. Oh, nee, das muss ich aber noch mal besser... Ei, 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 ei. Doch, das war richtig. So, wie lange dauert das denn? So, an dem orientieren wir uns jetzt. Ja, das ist ganz gut. Oha. Hach. Fertig. Ich denke mal, hier die oberen, ne? Und alle anderen müssen wir gleich gucken. Oh, ei, 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 ei. Erstmal Käffchen trinken. Eichhörnchen, 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 Eichhörnchen. Ja, aber die Befestigung in Waage zu bringen, ist ja... Ey, ich finde das kacke. Ah, jetzt verstehe ich das. Hier ist so ein Teil. Ein Doppelnippel. Ein Doppelnippel. Du lachst aber, das heißt einfach so. Ein Doppelnippel, ey. Ja, ein Doppelnippel. Und der wird in beide Stangen rein. Und dann kann man die verlängern. Okay, gut, dann geht das doch. Hast du recht. Also brauchen wir nur drei. Was ist das hier eigentlich für ein Gestrüpp? Sag mir, nicht den Namen von der Pflanze, bitte. Aber, also was soll das Gestrüpp da? Das ist ein Nordmanton. Warum steht die hier? Die ist tot. Die riecht tot, die fühlt sich tot an. Warum ist die noch hier? Können wir das gleich nicht wegschmeißen, endlich? Nein, ich arbeite. Boah. Ja, was soll ich denn jetzt messen? Ja, das nicht. Boah. Ja, ich mach einfach mal. Ich hab keine Ahnung. Ja, ja, das wird schon passen. Ich hab überhaupt keine Ahnung, ey. So. Da sind 57 cm. Müsste dann also so sein, ja. Das ist doch doof, Alter. Das ist doch scheiße. Ich brauch eine längere Wasserwaage. Haha. Guck mal. Jetzt zeig ich dir noch einen Trick. Boah, der ist gut, ne? Da, genau. Der erste Punkt wieder hin, ne? Boah, bin ich schlau, ey. Wirklich. Aber manchmal hab ich meine lichten Momente, ne? Ich bin so gut manchmal. Wirklich. Kennst du das, wenn du was gut gemacht hast und dann bist du so richtig stolz auf dich? Hab ich grad. Gut, ne? Jetzt müssen wir aber wirklich Pause machen. So, boah, jetzt haben wir gegessen. Ich bin richtig, ich hab grad nicht so Lust, mir auch ein bisschen zu faul, mich zu bewegen, ey. Na komm, bringt ja nix. Boah, wenn ich jetzt schon wieder in der Wasserleitung treffe, ne? Wie vor ein paar Jahren, ey. Warum geht das nicht? Hast du das rausgezogen? Nein, aber das ist das nicht. Ha, ha, ha. Bohrer wär auch so mein Beruf, ne? Einfach immer nur Löcher bohren. Da seh ich mich. Guck mal, wie das aussieht hier. Das ist richtig nach Arbeit, ne? Man merkt auch richtig, wie das wir grad gegessen haben, ne? Ich bin jetzt richtig müde. So gar keine Lust, so, oh, nee, ey. Komm, bloß nicht reden. Einfach nur machen. Was soll ich hier erklären? Das sind nur Arbeiten, die jeder kennt. Könntst du das machen? Ja? Ganz selbstbewusst. Ja. Du könntest das, einfach so. Könntest du das besser wie ich? Nein, das hab ich nicht. Das kann keiner, ne? Das kann natürlich keiner. Da verkaufe ich dir was Schönes. Weiß ich noch nicht. Irgendwas Tolles. Was wünschst du dir denn Tolles? Was wär denn für dich was Tolles? Ein Gummihammer, damit du nicht immer mit dem normalen Hammer an die Wand haust. Ich hab'n Gummihammer unten. Ich kann dir den aber gerne schenken, wenn du magst. Übrigens, grad während dem zweiten Lockdown jetzt, der gerade ist, gar nicht so leicht, die richtigen Schrauben zu finden. Man muss das im Baumarkt online bestellen und dann kann man reservieren klicken, reservieren und abholen und dann bringen die das einem raus. Aber unter den Milliarden verschiedenen Schrauben, die es gibt, erstmal hier die richtigen zu finden, die man braucht, ist nicht so leicht im Onlineshop, muss ich sagen. Da könnten die Baumärkte ruhig nochmal ein bisschen nacharbeiten. Oh, den habe ich aus Versehen schon festgemacht. Naja. Das Bild für Handwerker-Azubis. Jetzt sehen die, ach da passiert ja gar nichts, wenn ich das schon festziehe, ne? Glaubst du, ich könnte, ähm, meine Videos sind gut für Handwerker-Azubis? Naja. Meinst du, ich krieg' irgendwann Kritik von Handwerkermeistern? Dass die irgendwas unter dem Video schreiben, äh, das macht man aber so und so? Du kriegst ja auch Kritik von mir. Das ist ja eigentlich das Lustige, das wissen viele Leute vielleicht gar nicht, aber du bist der Handwerkermeister tatsächlich hier im Haus, ne? Aber wer muss die ganze Scheiße machen? Ich, ey. Eigentlich ja auch verkehrte Welt, ne? Also nicht, weil du Handwerkermeister bist, aber weil ich das dann dafür machen muss, alles. Kängst du an, an zu kochen? Kochst du? Ich koche hier auch immer, aber halt nur für mich. Vor Wut. Da bin ich auch sehr gut drin. Nehmen wir hier wieder unseren super Staubwedel. Der wedelt überhaupt nix. Der wedelt gar nix, ne? Ein richtiger Fehlkauf gewesen, ey. Den kannst du so, wie der ist, kannst du wegwerfen. Kann man daraus nix mehr machen? Der hat einen Euro gekostet. Müll kannst du daraus machen. So. Wackelt ziemlich, ne? Oh. Falsch. Da ist ja nix zum Lesen. Da sind ja nur Bilder. Ich hab nur Senkkopfschrauben, aber dafür braucht man so andere Schrauben. Alter, ich hasse mein Leben gerade. Da ist ja nix zum Lesen.